Der Solo-artig. Okay, sorry, ich hab vergessen, dass du Gin bist. Ach, den Tower, ja. Alter, willkommen zum neuen Kimimoto LP Let's Play Video. Heute gibt es Gin Jungle. Och, jetzt nennt's Jungle Gin. Geil. Freuen wir uns alle. Daumen nach oben bitte und ein Kommentar für den Algorithmus. Und dann geht's hier weiter in der Kluft. Oh, scheiße, ich hab wieder vergessen, dass ich Gin Jungle bin und Traps placen muss. Oh, Gott. Warte, fängst du Gromp an? Nee. Achso. Okay. Der ist noch gar nicht da, tatsächlich. Ah, nochmal ne Klu, damit der Auto-Attack auch safe gilt. Na, sicher, sicher. Ja, erzählst du's noch? Boah, ich hab den fast resettet. Jetzt kommt der mächtige Level-2-Gang. F***. Ja, es läuft gut bisher. Der Kluft war so Flix-Fee, Alter, das ist so frech. Hast du weh? Hab ich schon benutzt, hat er gesidestept. Achso, ja, okay, blöd. Guck mal, da ist sie. Die ist auch Level- War die AFK? Die ist gerade Level 3 geworden. Hat die auch irgendwo gewartet? Drei Tage lang? Nee, du no. F***, die hat auch keinen Buff. Stark. Vielleicht ist sie im Jungle gestorben. Die hat einen Tod, ja, die ist im Jungle gestorben. Genau wie geplant. Ja, die wurde- Die hat, die wurde gestorben, anschein. Nee, die wurde getötet, wir haben auch zwei Kings. Okay. Pyke hat die getötet, der hat einen Red Buff. Ah, das war ein richtiges Rätsel, war das gerade. Da, mein Kill, mein Kill. Bam! Okay, wenn wir botlane? Wir botlane. Ich glaube, jetzt mittlerweile haben die geworben. Ja, ist egal. Ich renne. Ich komme halt nicht zum Damagen ran. Du kommst zum Damagen ran, I guess. Guck mal, wir haben die. Easy. Das war halt wirklich easy, Alter. Das war auch geplatzt, doch. Null. Gank. Oh. Komm her, hier. Bam! Nice. Neuesen-Ranged-Gank. Alter. Gank hier über die Wand. Oh, guck mal, Nami ist auch da. Nice, das macht's ne W. Von allen Sk- Oh, er kommt zu dir. Nevermind. Da wollen schon die Nami kurz. Zack. Alter. Er war weggegangt. Ich bin schon gank, Junge. Jetzt siehst du dich da, Jun? Das ist Pike. Stimmt, ich bin Jun. Siehst du dich da, Pike? Du hast das Gefühl, mein Twitch ist auf. Oh, der Z ist dafür da. Oh, Twitch ist hinter euch. Oh, Twitch ist hinter uns. Warte, 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 ich gank. Nein! Nein! Hey, was für ein Nein? Du hattest mir den Kill geklaut. Ja, genau. Das war mir zu. Nein! Oh, warte. Ah, scheiße. Ich wusste so meine eigene Position nicht mehr. Ah, ah! Oh nein, der ist so low. Ich hab sogar in den Trick. Ich mach die. Bonk. Oh, Alter, gebetet. Ja. Der wird halt unsichtbar aus den Augen, aus dem Sinn. Ja, so. Du wusstest nicht, was die Twitch haben. Ja, true. Guck mal, jetzt kommen hier noch die Jungle-Gin-Tricks. Ich mach jetzt die Gänge hier zu. Verstehst du? Du hast deine Fallen richtig utilized. Guck mal, jetzt rennt er an den da auch noch rein. Oh, er seistippt, ich bin so traurig. Oh mein Gott. Er one-shotet dich. Er hat schon wieder Ulti. Er ultet dich, ja, wenn du gesagt hast. Da will ich auch traurig. Ah, er hat gerade den Gin auch tatsächlich fast gewone-hitted. Er hat ihn getötet. Alter, deine Falle hat einen Seraphim gespottet. Bam! Bam! Rage-Gang. Mach den weg, mach den weg! Oh, ich hab ihn weggemacht. Ich kann ihn nicht wegmachen, ich komm ja nicht ran. Toll. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ja, ich konnte nichts machen. Ich bin von Camillion-Twitch gefickert. Bam! Alter, gefickert. Ich mach die alle weg, ich mach die alle weg. Bam! Bam! Okay, ich bin giga-strong jetzt. Er wird einfach ein Triple Kill geholt. Und ich bin ein ganz neuer Champ. Mit gleich in W-Range. Oh nein, er wurde da irgendwie rausgezogen oder ist gedasht. Ich weiß nicht, was passiert ist. Ich bin da. Er hat noch ult nach all dem. Nach all dem. Warum ultet er mich dann erst und nicht von Anfang an? Guck mal, warum bin ich so schnell? Ach ja, ich hab das Jungle-Item. Mega gut. Das ist das Jungle-Item. Super gut. Ganz vergessen. Stark. Ach nö, ich wusste, dass sowas passiert. Das kommt da. Ich lebe. Ich hab's überlebt. Nice. Ich hab's nicht überlebt. Lol. Die haben gebetet. Bam, Junge. Hm. Scheiße. Oh nein. Ich hab Autotec abgebrochen. Sie ist einfach nicht möglich, jemandem hinterher zu kommen. Ere Neck will aber mich dafür. Oh. Ich glaub nicht. Ja, okay, cool. Alter. Der hat mir 3000 gezogen. Das ist zu viel für die Items. Ich fühl das Durability-Update noch. So 10 Patches später ist da noch richtig viel von übrig. Ich mein, die guten alten Burst-Items, ne? Blade of the Ruined King und Black Cleaver. Ja. Das sind einfach zwei Items, um Kill in 1,8 Sekunden zu machen. Na toll. Na toll. Ich brauche noch 50 Gold. Maa. Ich komme hinten an die Mitte ran. Go, go, go. Oh, hier findet ihr einfach. Stark. Bro, Renekten One-Shot. Sorry, aber... Echt? Das ist ja voll unvorhersehbar gewesen. Ja, halt's im Maul, Junge. Warum hat er noch Slice und Dice ab? Egal, ja, egal. Ja, okay, naja. Na ja, da hat er mir wieder 2500 mit einem Hit gezogen. Ja, aber dafür, dass er mich one-hitted, hat er halt auch 3700 Leben, wenn er ultet. Ich bin gleich in Bind-Range. Ah, oh, meint. Ich mag nicht mehr. Oh! Ich muss nachladen. Ach, der hat ja auch noch das andere Gap-Close-Item. Macht ihn weg. Macht ihn weg. Bin unterwegs. Meine Stimme stirbt. Alter, wir gewinnen. Macht sie weg, macht sie weg. Macht sie alle weg. Das ist ein Baron. Ich beinde ihn. Jetzt geh ich ab, Junge. Mein Item-Bild ist unpaar. War das Baron of Safer Base? Machen wir da uns alle... Nee, wir finishen jetzt. Wir fischen. Wir fischen jetzt. Da kommt gleich nur so ein Lappen, der kann nix. Guck, Twitch hat sich sichtbar gemacht. Mach mal sein Ding ins da weg. Scheiße. Sein Ding ins? Achso, das Schild. Ja, das muss weg. Der Set ist leider ziemlich strong. Und auch gar nicht so schlecht in dem Spiel. Lol, der ist ja immer noch drin. What the fuck? Ja, ja. Achso, das ist halt balancing. Oh. Der Solo-Artik. Okay, sorry, ich hab vergessen, dass du Gin bist. Mach ihn Tower. Ja. Ihr habt den Turm und den Twitch. Das war worth. Das ist eine ganz schlechte Situation hier gerade. Alle, jede steht irgendwo für nix. Perfekt. Ja. Nami wurde gecatcht. Okay, cool. Hat er besser gespielt. Naja, Nami wäre jetzt wieder da. Ja, schade. Ach, das war blöd. Ich war komplett nutzlos gegen Renekton. Kommt mal nicht weg. Ist wenigstens der Damage auf meiner Seite. Ah, sieht ganz schlecht aus. Sogar Brent hat mehr Schaden als ich. Und der hatte, der hat zwischendurch sein Hydra verkauft. Für ein Tank-Item. Ich brauche irgendwas, wo ich die höchste Zahl habe. Wo ist der Largest Critical Strike? Da, 2100. Ha. Einfach gereckt. Ich brauchea. Ich brauche nochmal mal hier ein negatives. olie Egekäuze. 위에 통ahe.